Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Video ist mehr zu verstehen, so ich sag mal, als just for fun. Und zwar wollte ich einfach mal ausprobieren, wie weit komme ich in T2 Survival Solo mit entsprechender Ausrüstung. Das heißt also wirklich Anfangsausrüstung, die man sehr früh im Spiel haben kann. Also habe ich mir den Excalibur geschnappt, habe ihm die Bürsten und die Dual Zorn gegeben, habe diese mit den wichtigsten Must-Have-Mods durchgemoddet. Die Modung selber werde ich zwischendurch in dem Video mal kurz einblenden. Und dann schauen wir mal, wie sich das Equip hier im T2 Survival Solo so macht und wie weit wir kommen. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020